Guten Tag Herr Prof. Dr. Gerhard Sechsel, ich grüße Sie. Ich sage auch Grüß Gott. Das Fraunhofer-Institut ist ja vielen ein Begriff und Sie sind Pioniere in der Entwicklungs- und Forschungsarbeit weltweit. Was macht denn diesen Standort so attraktiv für den Standort Würzburg? Das Fraunhofer-Institut für Silikatforschung ISC hier in Würzburg ist eine der ältesten und größten Einrichtungen am Wissenschaftsstandort Würzburg von außeruniversitärer Forschung. Was wir machen? Unsere Mission ist, wir wollen dazu beitragen mit Materialien, die wir entwickeln, um die großen, drängenden Fragen unserer Zeit einer Lösung näher zu bringen. Dazu entwickeln wir Funktionsmaterialien und diese Funktionsmaterialien, die wir hier entwickeln, sind deshalb so gut, weil wir mit minimalem Materialeinsatz eine Vielzahl von Forderungen erfüllen können, die an neue Produkte gestellt werden. Wir entwickeln bioabbaubare und recyclingfähige Lebensmittelverpackungsfolien. Ein anderes Beispiel sind Batterien, Batterien für unsere Zukunft, leistungsstarke Batterien, ressourcenschonende, sichere und schnelle Batterien. Ein weiteres Thema sind auch Digitalisierung und Automatisation. Und jetzt mal mit Blick in die Zukunft und das Thema Veranstaltungen, wie lassen sich diese hier an diesem Standort umsetzen und welche Formate, welche Möglichkeiten ergeben sich hier? Damit sind unsere Themen natürlich auch immer wieder interessant, um Veranstaltungen anzureichern. Und ich denke, sowohl das Fraunhofer ISC hier am Standort, aber auch andere Locations in Würzburg sind immer die richtige Adresse, um Workshops, Tagungen und Symposien zu organisieren und auch vor Ort durchzuführen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017